Ok, die Geschichte halt so, irgendwie so halt so, es ist halt so, es heißt bis vor, macht keinen Spaß, Montag bis Sonntag, ich kenne keinen Montag oder Sonntag oder Dienstag oder so, ne? Es sind halt Sachen, wo Führungsspitzen halt geisteskrank sind und der Knastdirektor halt möchte, die Direktion halt so, ist halt ne Idee, so. So, naja, auf jeden Fall, die Zähne geht so ungefähr, jetzt muss man erst mal was treten, so. Abends, bei der Arbeitsstelle. Ey, 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 ey. Der nächste kommt. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. 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 Ich sage dazu, dass die Steuereinzahler, also sie denken nicht, dass das kriminell ist. Sachen, denken, dass das nicht illegal ist. Es sind Arbeiter, die sind Steuereinzahler, aber die Direktion im Knast denkt halt bei Zombies, es müsste funktionieren. Ich sage dazu, dass das kriminell ist. Ey, ey. 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 Ey.